Ich würde sagen, das ist schon ein bisschen heftiger Schneefall. Es ist ein Winterwanderland. Ja, sehr schreckliche Konditionen. Der Nürburgring macht mich darauf aufmerksam, dass Motorsport anscheinend doch eine Wintersportart ist. Das Rennen ist mit der roten Flagge unzerbrochen. Ich bin heute Morgen zum Nürburgring hergekommen und dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich meine, wir haben jetzt fast Mai, also Mitte April und es ist einfach kalt. Du frierst einfach nur, es ist Schnee angesagt sogar. Von daher, wir hoffen, dass es nicht so ist, weil jetzt kommt gerade die Sonne raus. Also der Nürburgring at its best. Ja, das ist die Nordschleife, das macht sie aus. Deswegen ist es die spektakulärste Strecke der Welt und deswegen lieben wir sie alle so. Und jetzt läuft alles ganz gut, kommt super klar und jetzt müssen wir einfach schauen, dass man die letzten Zehntel und Sekunden findet. Christopher Mies kommt jetzt über Startenziel, dann schauen wir mal, ja, leichte Verbesserung, 8.00, 0.00. Es kann eine Menge passieren, wie du sagst. Wir haben eine gute Fahrerpaarung mit Christopher und mir und ich denke, wenn wir da wirklich ohne Fehler durchkommen, ich glaube, die Pace vom Auto ist da. Wir hoffen natürlich, dass es trocken bleibt, auch für die Fans, nicht nur für uns, aber in allererster Linie gilt es erst mal das Auto heilen zu lassen, gerade bei den Bedingungen. Schnellketten haben wir noch nicht dabei, aber die Regenreifen sind vorbereitet und das ist halt die Eifel, das ist die Nordschleife, da weiß man nie, wie es kommt. Es wird leicht für alle sein und hoffen mal, dass wir gut durchkommen zumindest. Die Strecke ist noch nicht richtig nass, also es sieht auf jeden Fall anspruchsvoll aus jetzt, besonders in den Startrunden. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das für alle entwickelt. Glorious sunshine, they come down to dotting a hour. Brilliant, get away. From the Montemplar Staudi, puts its nose in front, the whole car length in front. BMW takes the lead into the first quarter, but hasn't got a whole load of braking done, but in fact sweeps around the outside through the right hander. Das Rennen ist mit der roten Flagge unzerbrochen, immer mehr Autos kommen rein an die Boxengasse. Unterwegs habe ich nur eine Schneekette verloren, also deswegen haben wir gesagt, komm, dann fahren wir zurück zur Boxen. In diesem Jahr spielt der Wettergott leider nicht mit, bei VLN 1 konnten wir nicht weit schauen, bei VLN 2 hatten wir halt Schnee von oben, das ist die Eifel, wie sie leibt und lebt. Das war das Bedeut an 3, 1, 2. Dasandır ist mit einer grabung des Bedingungen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.